So, jetzt machen wir uns erstmal eine kleine Abkühlung bei der Hitze. Oh ja, das ist gut. Ihr kommt jetzt mit unter die Dusche. Das ist herrlich. Das ist das beste im Sommer was man machen kann. Einfach anstatt den Regenschirm den Gartenschlauch aufbauen. Super, das ist die perfekte Erfrischung. Super.